Freuen Sie sich jetzt auf Margarita Drobjatsko und Povilas Vargas. Die Litauer haben vor vier Jahren ihre Amateurkarriere als beendet erklärt. Im letzten Frühjahr gaben sie aber bekannt, dass sie in Turin nun doch noch einmal an den Start gehen und damit ihre vierten olympischen Spiele bestreiten. Genießen Sie hier ihren Originaltanz, den sie in Turin im Wettkampf zeigen werden. Die Litauer haben vor vier Jahren ihre Amateurkarriere als beendet. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Ich werde Sie in der Zeit auf der Allgemeine erinnern, Te esperaré 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 Margarita Drobjatsko und Povilas Vanagas zehnmal litauische Meister, ein fantastisches Eisternspaar, das bei den Bewertungen oft zu schlecht weggekommen ist, wie ich meine. Vielleicht haben sie im neuen Wertungssystem bessere Chancen. Wir drücken den beiden auf alle Fälle die Daumen.